. 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 Jetzt geht es 20, zack, mit dir nur mit der Gespünste muss ich nicht weiter machen, wenn er unten angekommen ist. Genau, wenn er jetzt unten angekommen ist. Das ist ein krasser Unterschied, jetzt kommt 30, genau. Den ersten Punkt werde ich genau draufzeichnen wahrscheinlich, ne? Ja. Gucken, ob das wieder exakt ist. Okay, auf geht's. Das klappt doch nur noch. Ja. Und das ist der Schrift nicht normal. Hier ist Marco wieder. Vielleicht mit 98 bisschen wenig zu wenig, ne? Oh. Ja, lieber nochmal 0,2 mehr oder so. Ich hab keinen Bock, dass du es kopieren, weil 21 muss noch sein. Dann machst du Schriftbefehl. Das ganze nicht. Klar, machst du eh schon 21 Schriftbefehle. Ach so stimmt. Ach so stimmt. Noch mal 21 Schrift. Ja, machst einfach Z noch. Veränderst du Z noch bei jedem der 21 Schrift. Ja. Ja. Und das sieht richtig kurvig aus, ne? Oh. Da ist einer verkehrt. Was haben wir jetzt? Zick-Zack-Kurs? Einen Fehler haben wir drin hier leider. Aha. Ja, das kann passieren. Ja, aber so viel zahlen, wenn wir Fehler machen. Naja, das ist halt ein Spezialbauteil. Sagen wir eine, wie nennt sich das, so eine Dichtungsplatte. Mhm. Die muss da eine Aussparung haben. Puh. Da haben wir den gleichen Fehler nochmal. Ja, aber wir haben doch diesen Punkt hier genommen und dann nur auf der X. Als Achse. Wenn der falsch ist, ist der auch falsch. Ja, ist logisch. Tja. Und der ist auch falsch. Hahaha. Hahaha.